Willkommen zu diesem Midi-Test-Kampf Und zwar will ich gegen die Schoko-Muffin einen Teff-Kampf machen im PU-Verbat Und deswegen teste ich es einmal mit der Aufnahme mit meinem Team hier Episches Team auf Doom und so Und das mit der Einstellung alles klappt Suche nach Gegnern Spannend Und übrigens bei der Hashtag Schleichwerbung und so Bestell jetzt bei Hallo Pizza Oh, ich darf kämpfen, das ist aber schön Wir fangen einfach mit John an und das ist klar Ich weiß nicht, ob ich das ba- Ja, ob das mit dem Sound passt Ich hab mir das ein bisschen leiser gemacht Genau Auf jeden Fall machen wir hier Steff-Walk Genau, bam, passt Sieht man jetzt auch hier drüben In der ganzen Blah Wahrscheinlich gebe ich da instant auf Weil ich einen Bodenpogel, nein, einen Stahl noch mal was Pokémon reingenommen hab Yay Das war jetzt der Intelligent Denn ich wäschig einfach aus in Spoon, man Mein Kadabra Mein defensives Kadabra übrigens Wer hätte das gedacht? Passieren spannende Dinge in diesem Kampf Oh mein Gott Und was kommt? Süß Kar meint und so Boosten wir uns mal tot Er dachte gerade, der hat einen Korn da dabei Aber er hat das natürlich nicht dabei Was macht er? Ja Whatever Time to sweep You turn our Kann doch eine füßliche Attacke Dead bitch Oder was? Es gab sogar spezielle Deswegen wird's ausgehalten Das wird wahrscheinlich instant jetzt sein dinks zu Lipstick einsetzen Neun und nicht Pokémon Ah, das war so klar Andy Aber dafür hab ich eine Bel liking Ich muss nur schneller sein YES So geht das shouldn't Angst Potter, träum weiter! Oder so. Baaam, 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 baaam. Juhuuu. Dam, 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 dam. Ich denke, meine Aufnahme... Ich glaube, die Aufnahme lasse ich so einfach hoch. Einfach nur, weil es eigentlich ziemlich gut aussieht. Wenn ich nicht gerade jetzt in den Boden gestampft werde. Baaam, baaam, baaam. Baaam, das bist du für ein Feuertyp. Einfach psychisch und so. Aua. Hey, hör auf. Das ist echt nicht nett. Ich muss mich gleich recoveren, wenn du so weitermachst, ja? Oh Gott, der hat doch noch spezielle Pokémon. Kann das sein? Wie böse. Ja, Megania, ich komme wie Cover und so. Ich glaube nicht, dass mir irgendwas... Okay, critical, alles klar. Ich habe nichts gesagt. Auf geht's, Wüsten. Wind. Flam, throw them all, sage ich nur. Ich muss noch, weil ich nachher... Vielleicht bringe ich meine Stachner noch raus. Vielleicht Stachner Tarnsteine. Dam, dam. Aber es war schneller als ich, dass Megania... Okay, ähm... Pellipizard, bam. Das überlebt es sogar, der Tanki Bitch. Ich habe es überlebt. Ich denke mal, er wechselt es sowieso in seinen Pelikan rein. Pellipper. Wir wechseln es in der Kadabra. Na, okay. Was kommt da jetzt? Ich versuche es einfach nochmal. Vielleicht bin ich schneller? Ja. Okay, ich würde auf jeden Fall, wenn ein Pelipper kommt, ich auf jeden Fall auswechseln, weil das brauche ich auf jeden Fall gegen Magneton. Also nicht zwingend, aber ich würde es gerne dagegen verwenden. Genau. Deswegen setze ich einfach mal mein... Wait for it ein, dann ist mal. Und das Tank-Divisual ist es einfach nur... Hallo, ich würde dich gerne one-hitten. Ja, das ist jetzt... Ja. Nah dran am one-hitten, ich weiß. Und ich brenne. Ich versuche es einfach nochmal. Ich glaube, ich würde es opfern, um Pikachu einzuschicken. Ich denke, ich werde es machen. Opferich ist... Woos. Ich brenne und... Bam. I made Pikachu one, hittet ich es auf jeden Fall. Ich denke, er greift jetzt... Efter an oder lässt das sein, ist jetzt die Frage für mich. Greift er an, lässt es sein, ist er an, lässt es sein. Ich kann es eigentlich nicht riskieren. Ja, lässt es sein. Ich habe schon gewusst. Ich kann es nicht. Ich hätte es auf Pikachu reinschicken können. Ich denke mal, den Angriff kriege ich auf jeden Fall noch durch. Da ich schneller bin. Bam. Der hustet zum Wart, dass ich verbrenne. Alles klar. Ja, dann Pikachu, bitte. Einmal durchs Gegenteil Team sweepen. Das sollte es klar sein, dass eine Elektro-Attacke kommt. Eigentlich könnte man von ausgehen, hätte ich es Pikachu und so. Ja, Megamind und so. Bam. Du resistest. Wohl, damit damit nicht rechnen, dass ich eine Kampf-Attacke habe. Damit rechnen wir never ever. Das dürfte jetzt sehr viel wehtun auf Magnetron. Mega. Nein. Magnetilo. Nur. Bam. Yep. Jetzt habe ich nur sehr effektive Attacken gegen ihn. Das wird das Böse sein für... Pikachu OP sag ich nur. Pikachu OP. Pikachu. Ein kleiner Sweep des Gegenteil Team. Bam. White Charge und so. Bam. Das ist ein GG, würde ich sagen. Megamind hat er jetzt noch, also... Es könnte noch schneller sein mit Erdbeben. Könnte jetzt vielleicht noch mal Pikachu töten. Oder ich misse. Das ist nämlich auch eine Möglichkeit, mich Eis abfacke. Deswegen habe ich Lady, also hier diese eine Cosplay-Variante drinne. Ich denke mal, er geht hart davon aus, dass ich ne... Also selbst wenn er jetzt Pikachu noch killt, schicke ich halt meine Wiesblüben rein. Man hat Flammenwurf. Und gut ist. Das binne das. Ja, es ist... Wenn er das überlebt, dann wird das echt schon krass. Na komm. Entscheide er sich. Spannende Momente bei diesem Online-Kampf. Oh mein Gott. Oder er gibt auf. Komm, wir starten mal den Timer. Starten wir den Timer. Oh ja. Wenn ich jetzt Megane nicht totkriege, dann habe ich ein echtes Problem. Weil dann habe ich halt nur Pokémon, die relativ anfällig sind. Fanzipokémon. So ist es hier. Arctylos vielleicht nicht unbedingt, aber es halt speziell hält NULL aus. Das ist eine physische Wall. Das könnte ein bisschen was. Mein John hält ein bisschen was aus. Aber es ist halt immer noch ein Gesteins-Pokémon. Ich denke mal, ich würde dann, wenn... Ich würde es ja erst versuchen, mit John mit Eisenschädel was zu reißen. Nur für den Fall, dass ich es nicht mit Pikachu und Voluna schaffe. Das hat Megane jetzt sowieso geschwächt. Bam, 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 bam. Er sagt nicht, dass er wird... Ah, du kannst nur Megane hier reinschicken. Du kannst doch noch Megane reinschicken. Du hast überhaupt keine andere Wahl. Du hast kein anderes Pokémon, uns reinzuschicken. Wenn er sich entscheidet, welche Attacke er einsetzt. Das könnte vielleicht... Ich könnte ein bisschen denkt darauf brauchen, aber... Ja, komm. Schicks rein, lass dich mit Eiszapfagi besiegen. Oder mit Voluna, Flammborf. Weißt du, wieso Bonus bekommen? Weil Voluna hat relativ wenig KP. Wird es mir angezeigt? Nö. Doch hier. Damit bekommt er diesen Boost nochmal, weil es wenig KP hat. Na, Mann. Unherrenhaft beenden diesen Kampf durch Timeout. Please. Und er kalkt da jetzt durch, ob er mich besiegen kann mit Erdbeben. Ob er schneller ist. Aber ich bin Max-Init. Ich hab... Ich hab alles in Init investiert. 306. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Megane so schnell ist. Es ist ja noch angeschwächt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so schnell... Also er hat noch nicht gesehen, aber ich hab Eiszapfagi drauf, ne? Hat mir ja vorhin auch ungesehen bei der Attackenauswahl. Ja, und da hab ich mit gewonnen. Ja, mit Inaktivität. GD oder so. So, und das war mein kleiner Testkampf. Ich hoffe, es hat gefallen. Und dagegen... Die gute Schokomuffin werde ich... Mit eisener Hand meinem Pikachu in den Kampf schicken oder sowas. Und sie wird der Pipi in den Kampf schicken und... Keine Ahnung. Egal, es wird ein lustiger Kampf. Bis dahin. Ciao.